Moin Leute. Häufig werde ich bei meinen Schulungen darauf angesprochen. Zeig doch einfach mal ein paar Fehlerbilder. Fehlerbilder, die vermeidbar wären, wenn man einige Dinge beachtet. Um was es heute geht, zeige ich jetzt. Heute kümmern wir uns um den korrekten Einbau einer Wasserpumpe. Häufig wird bei der Wasserpumpe für den Einbau die Dichtung zusätzlich mit Fett eingeschmiert. Das ist ein ganz großes Problem, was wir haben. Das Problem liegt nachher im Detail der Wasserpumpe. Ich habe jetzt hier eine zerlegte Wasserpumpe liegen. Wichtigstes Bauteil, was wir da haben, das ist dieses kleine Bauteil. Das ist eine mechanische Gleitringdichtung. Diese Gleitringdichtung sitzt auf der Welle, so in dem Gehäuse drin und würde jetzt hier unser Impeller das Flügelrad dort antreiben. Diese Gleitringdichtung, die sitzt fest verbunden mit einem Teil hier im Gehäuse und das zweite Teil ist dort drehbar, damit wir die Drehbewegung der Welle dort umsetzen können. Was passiert jetzt dort mit dem Fett? Fett, was wir hier auf die Dichtung aufgetragen haben, bleibt nicht hier. Es wird nachher in die Wasserpumpe dort reingezogen, reingesaugt und vermischt sich mit dem Kühlmittel. Und das Ganze würde sich dann an dieser Gleitringdichtung absetzen. Diese Gleitringdichtung besteht aus zwei Bauteilen. Wie eben schon gesagt, ein Fester, fest am Gehäuse dran und der zweite Drehbar, damit unser Lager dort das Flügelrad antreiben kann. Zwischen dieser Gleitringdichtung, da wird sich immer mal wieder Kühlwasser absetzen. Dieses Kühlwasser brauchen wir zum Abdichten dieser Dichtung. Es wird sich ein Wasserpolster zwischen diesen beiden Dichtscheiben bilden und dichtet dann die Wasserpumpe über die hydroskopische Last ab. Wenn wir jetzt aber Fett im Kühlwasser drin haben, dann wird sich hier auf dieser Beschichtung ein Fettfilm abbilden. Und der sorgt dann dafür, dass diese Dichtung nicht mehr dicht ist. Müsst ihr euch das so vorstellen, wie beim Lackiervorgang. Der Lackierer möchte ja auch immer, dass seine Flächen alle fett- und auch silikonfrei sind. Ähnlich würde sich das hier bei unserer Gleitringdichtung dort auch abzeichnen. Also ungewolltes Fett, das was wir hier nicht haben wollen. Und das Ganze kann man dann auch wunderbar an den Wasserpumpen sehen. Wir hatten hier Fett drauf und ihr seht hier so Verfärbung. Das sind so unhomogene Gehäuseverfärbungen. Das heißt hier, wo dieser helle Streifen ist, da hat sich einfach Fett abgelagert. Es wurde in die Pumpe reingezogen, kam dann hier in die Gleitringdichtung und hat dort nicht mehr für die Abdichtung der Gleitringdichtung gesorgt. Das heißt, diese unhomogenen Gehäuseverfärbungen kann man sehr schön erkennen. Das ist einfach Fettablagerung. Kühlwasser ist hier nicht an das Gehäuse rangekommen, weil halt diese Fettschicht das Ganze verhindert hat. Durch Temperatur hat sich das restliche Gehäuse verfärbt. Aber hier, wo das Fett drauf war, kann man sehr schön sehen, haben wir diese Gehäuseverfärbung nicht so wie da, wo Kühlflüssigkeit hingekommen ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr beim Einbau dieser Wasserpumpen auf Fett verzichtet. Dies gilt natürlich auch für Dichtungsmittel. Die dürfen da auch nicht dran. Auch die würden sich hier in die Gleitringdichtung ziehen. Und wo geht das Wasser hin, wenn durch die Fettschicht die hydroskopische Last nicht mehr gegeben ist? Das Wasser wird hier an der Welle nach außen laufen. Wir haben rechts und links hier im Inneren zwei Drainagebohrungen. Das heißt, eine Drainagebohrung wird hier drüber abgeleitet und die zweite wird hier drüben abgeleitet. Und man sieht dann an den beiden Drainagebohrungsausgängen dann auch immer eine Wasserspur. Wir haben hier eine kleine Wasserspur und ihr seht auch hier dann die Wasserspur von dem abgeleiteten Kühlmittel. Sollte die Wasserpumpe mal beim Einbau nicht flutschen, dann bitte kein Fett verwenden. Die Hersteller sagen dann immer, bitte nur mit Kühlmittel benetzen, damit wir eine Gleitfähigkeit haben, aber nicht mit Fett oder sogar mit Dichtmittel einsetzen, das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt schön cool. Bis dann in der Werkstatt.